Wenn ich dein Zeug ja da oben rechts glauben darf, mit vier... Kreise hab ich schon voll. Das war ja mal hier voll dröhnt. Und nun mach ich den hier aus. So. So. Da. Okay. Stimmt, der Totenkopf soll. Jetzt bin ich gespannt, was mich hier erwartet. Ein Lob. Könnte ich hier noch was übersehen haben? Ich glaube... Außer natürlich, ähm... So ein... Oldschool-Level wir haben das. Ah, hier hinten ist eine Puppel noch. Interessiert mich das überhaupt nicht? Was? Na ja. Hier ist Laura. Hier ist Blut. Hier ist ein Gang. Hier ist Scheiter. Also ein Kopfknopf. Kann ich jetzt hier die Tür öffnen oder was? Ja. Ja, ich hab das gefunden. Und... Gut hoch und... Rüber. Und... Da brennt sie. Hier war's. Sprecherpunkt. Und... Was du vielleicht will, wie es geht jetzt richtig rund. Sorry. Der hab ich nicht mehr gehabt. Der auch nicht. Okay, hätte ich ja zwei große schon mal weg. Von den 500, die jetzt noch kommen. Das kommen gar nicht zu viele. Mal gucken. Der ist weg. Der ist weg. Und... Das ging jetzt auch nicht mehr so gut. Und wir sind halt, danke. Oder... Der ist weg. youtube. Pfeffer. Alles weg. Alles weg. Nicht. Der ist vorher nicht weg. Okay. Eif. Ah, man. Okay. Okay Und noch mehr Gesundheit zu mir, danke Ich will es dann nicht Und Gesundheit Kommen Sie, ich glaube Ja, die geben es Das klang er größer Egal Was ist das denn von größeren Heim? Oh, nicht von ihm Nee Schickt euch Ich glaube das ist das Ja, das ist ein weg ist weg weg ist weg ist das ein bisschen oha da habe ich einmal einen joker gezogen glaube ich eben noch viel zu wenig energie gehabt einmal die dfg gezogen und schon habe ich glaube ich den geholfen abgezogen und richtig viel bekommen und meine anzeige an kill skill liegt auf max 5 runden das heißt das hier dürfte jetzt oh und ich habe noch so viel munition das heißt das hier dürfte jetzt der letzte sein und und okay das heißt ich falle so lange das ausgangsportal und also da zeigt mir keinen weg ab ist keiner da das das team zerfällt okay dann okay dann ich nehme mal alles mit was nicht bei 3 und beugen ist und ich frage mich gerade wie ich links muss und warum grüße ach hier seins gut gut dass ihr mich darauf hinweist dass ich da links muss und ach hier ist noch fall ja alles klar alles klar gut okay Kollegen danke dass ihr mir den weg leuchtet und los geht's und sie haben mir so viel versprochen okay du mutierst jetzt zu einem riesen Viech und ich darf dich dann zerstören alles klar hi Schwester okay stopp du 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 Ich sehe hier gerade... Deswegen habe ich die Waffe genommen. Das ist nicht gut. Auf den Kopf. Oh, shit. Das war nicht so entdeck, ne? Ja, habe ich mir gedacht. Aber da flog auch gerade Gesundheit raus. Ich denke mal, ich darf die... Dieser Kampf wird schwierig, weil ich bin so langsam am Ende, glaube ich, der Geschichte. Von daher habe ich erwartet, dass es immer schwieriger wird und... Zweiter Versuch. Hi. Ich gehe jetzt mal. Was ist das? 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 Okay, du kannst also Strom machen. Das finde ich gar nicht gut. Vor allem wenn ich es nicht weiß. Okay, wenn es blau wird, Strom weg und geht. Aber okay. Ja, ein und die weg. Was ist das? 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 Ich kann ihn nicht so gut, aber ich kann ihn nicht so gut, ich kann ihn nicht so gut. Was ist das? 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 Was ist das?